So und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge für heute. Ich habe immer noch nichts hier gehört, aber ich brauche auch erst einmal Schwarzeiche. Ich brauche generell noch ein paar Hulsarten, zum Beispiel Tropenholz, Bambus brauche ich. Ich laufe jetzt die ganze Zeit hier in der Richtung. Ich werde das mit der Reflammer dann natürlich zeigen. Da werde ich 8-fach Geschwindigkeit oder sowas nehmen. Außerdem habe ich 7 Tonners, habe ich in den beiden letzten Folgen vergessen. Und noch zu sagen, ja ich mache jetzt vieles mit dem Replaymod, weil es besser hier aufzunehmen manchmal. Ich werde jetzt vieles viel mehr machen. Das werdet ihr mal sehen. Also vielleicht geht das hier gut. Versuche ich zu viel zu bauen. Euch das in der Bibel mal zu zeigen, dass ungefähr ein Gebäude an einem Tag entsteht. Mal gucken, ob das so geht. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Schwarzeiche. Das heißt, ich laufe gleich erstmal hier die ganze Zeit geradeaus. Außerdem darf ich nicht das Bett vergessen, weil ich nicht brauche. Das Bett wegen Fehlerleidiger. Ich kann noch ein paar Schafe wieder zurück färben. Auch wieder mal geil. Dann machen wir direkt in dieser Folge. Komm. Achja. Ich vergiss das immer wieder. Das wird noch ein Spann aus. Egal. Auf jeden Fall mache ich mich mal auf den Weg. Bis nachher. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.